Hier, Filme, jetzt. Willst du mich wohlfühlen? Kannst du mich wohlfühlen? Für einen Fotos-Shoot auf dem Schuhhof! Kannst du mich sagen, da? Warte! Warte! Was ist das, Scheiße? Ein Doppelfilmli. Ein Filmli-Hecht. Typisch wie immer. Kann man da zoomen währenddessen? Nein, ich glaube es nicht. Schau mal. Siehst du? Ich komme nach vorne, jemand einfach den Basketballer. Nein, du! So sieht es schon so gross aus. Es ist schon so gross aus. Oh shit, ich habe es vergessen. Jessica! Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ich bin am Filmen. Am Bulli sind ich. Am Bulli sind ich. Die sind immer noch dran. Das ist schon so hoch. Ich bin am Helden. Das ist schon wieder auf der Seite. Das ist schon wieder auf der Seite. Bis zum nächsten Mal. Was?